Was geht ab Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um 17 Übungen, die ihr zu Hause ganz einfach nachmachen könnt. Ja, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt und habt ihr vielleicht die letzte Zeit ein bisschen öfter zu Hause trainiert und das Ganze wird halt ziemlich schnell, ziemlich langweilig. Auch noch langweiliger als das normale Gewichtestemmen im Gym sowieso schon ist. Und deswegen gebe ich euch heute 17 Übungen an der Zahl an die Hand, die ihr einfach zu Hause trainieren könnt, ausprobieren könnt. Bisschen Inspiration für euch und sucht euch einfach aus, was euch davon gefällt und viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, diese Übungen sind einige super, super leicht, einige ein bisschen komplizierter. Wenn ihr euch fragt, okay, wie funktioniert jetzt genau diese Übung, dann schreibt mir einfach in die Kommentare, welche Nummer der Übung ihr gerne mal als Tutorial haben möchtet. Dann nehme ich mir diese Übung vor, erkläre sie euch von vorne bis hinten, worauf ihr achten müsst und so weiter. Wenn ihr außerdem noch ein bisschen interessantere Workouts haben wollt für zu Hause, Abwechslung, dann checkt auf jeden Fall mal die Breakletics App ab. Die ist auf jeden Fall super interessant, viele Workouts, kreativ und mit Musik zusammen einfach nicht so langweilig, wie so normale Homeworkouts zu Hause nur mal so sind. Herzlich willkommen an alle Neuen auf diesem Kanal, es kommen immer wieder täglich ein paar neue dazu im Moment und ich freue mich über jeden Einzelnen, auch wenn es nur ein Abo am Tag ist, ist immer ein guter Tag für mich. Und ja, herzlich willkommen an alle Neuen, an alle, die gerade das erste Mal zuschauen, abonnieren, nicht vergessen, werdet Teil der Family und wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, macht's gut, ciao. 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 6, 8, 8